Wie wahrscheinlich sind die aktuellen Theorien aus dem Netz, dass die Ukraine den Geländeverlust bewusst macht, um in Zukunft die Russen dann dort von beiden Seiten aus zu bekämpfen. Meines Erachtens ist es Fantasterei. Also erneut. Ich weiß nicht alles. Ich bete zum Herrgott, obwohl ich Atheist bin, hoffe ich mit Ihnen allen, dass es stimmt. Aber wenn ich mir die Lage am Boden anschaue, ist es für mich Fantasterei. Das ist das, was im Englischen Coping genannt wird. Das sind Leute, die der Realität nicht ins Auge blicken wollen. Die Ukraine ist nicht besiegt. Aber um die Russen, die müssen 20 Kilometer durchstoßen. Das müssen sie nicht nur erobern, sie müssen es halten. Und zwar gegen Angriffe von beiden Seiten. Bei russischer artilleristischer Überlegenheit, bei russischer Luftüberlegenheit, bei russischem Gleitbombenhagel. Und um so etwas zu machen, müssen sie ja erst mal hier runterfahren. Das ist alles in FPV-Drohnenreichweite. Das ist alles in voller Aufklärungsreichweite. Wo soll denn der Aufmarsch im Geheimen passieren, mit dem das passiert? Die Ukrainer konnten in Kursk überraschen, weil die Russen dort geschlafen haben, weil sie es nicht wahrhaben wollten, weil die Ukrainer die technischen Möglichkeiten genutzt haben, dass sie einen völlig unterlegenen Gegner, der nicht vorbereitet war, sich überraschen lassen wollte, den unter anderem mit Radfahrzeugen angegriffen haben, die aus dem rückwärtigen Raum schnell vorgeführt wurden. Hier ist der Gegner aufmerksam. Der Aufmarsch würde schon erkannt werden, in meinen Augen. Also dass das ein geplanter Schritt sei, die Russen jetzt hier vorrücken zu lassen, um dann durchzuschneiden und 40.000 russische Soldaten einzukesseln und zu besiegen. Also wenn die Ukraine das macht, Hut ab. Aber in meinen Augen, bei dem, was ich betrachte, ist es illusorisch. Die Ukrainer sind schwach. Die werden zurückgeworfen, weil sie es nicht besser können. Und wenn wir, wir hatten vorher die Rede von fünf Reservebrigaden. Das kommt aus einer russischen Quelle. Okay, wir können jetzt auch irgendwelches, es gibt auf Twitter gibt es so einen, der immer von fantastischen Zahlen spricht. Die Ukraine hat noch 25 Brigaden und was weiß ich was. Die existieren vielleicht auf dem Papier, aber welchen Kampfwert haben die? Wenn wir so einem glauben wollen, dann ist das natürlich der große Plan. Aber wir dürfen nicht vergessen, das ist die höchste Konzentration an Flugabwehrmitteln, die höchste Konzentration an Artillerie. Völlige Luftherrschaft der Russen. Und dort wollen die Ukrainer jetzt plötzlich einen Bewegungskrieg durchführen, gegen die höchste Konzentration an russischer Kampfkraft. Okay, viel Erfolg. Also wenn sie es schaffen, Hut ab. Aber für mich ist das illusorisch. Das ist illusorisch. Das ist schön reden der Situation. Der Krieg ist nicht verloren. Aber dass die Ukraine absichtlich gerade sich einer Schwäche preisgibt, könnte in meinen Augen nicht weiter von der Realität entfernt sein. Das ist kein Plan. Der Plan ist vielleicht, Ressourcen so zu konzentrieren, dass es dem strategischen Interesse dient. Das heißt, dass die Ukrainer den Donbass schwächen, schwächer halten, als sie ihn halten können, ist Fakt. Natürlich, sie hätten auf die Kursk-Offensive verzichten können und die ganzen Truppen stattdessen den Donbass werfen können. Dann wären die Ukrainer im Donbass stärker. Aber das ist eine Entscheidung in der Allokation von Truppen, dass man eine schwache Position nicht mit den besten Einheiten verstärkt, die die Wende auch nicht herbeiführen würden. Aber dass die Ukrainer dort schwach spielen, um die Russen dann einzuschneiden, ist für mich illusorisch. Wie gesagt, mir liegt nichts lieber, als wenn ich in zwei Monaten eines anderen belehrt werde und plötzlich die Offensiven kommt. Ich lag vorher schon falsch, ich werde wieder falsch liegen und hoffe, vielleicht, und es lässt mich ganz offen sagen, hoffentlich liege ich bei dieser Einschätzung falsch. Aber für mich ist es illusorisch und könnte weiter nicht von der Realität entfernt sein. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann schauen Sie doch mal vorbei auf dem Hauptkanal, wo es ursprünglich erschienen ist, Militär und Geschichte mit Thorsten Heinrich. Den Link dazu finden Sie hier in der Beschreibung.